Moin moin und willkommen zurück zu Tom Clancy's End War. Wir sind dabei, Moskau einzunehmen. Jetzt ist die zweite Stufe davon angebrochen. Wir müssen... Nicht unterstreichen ihre Resolven oder Kapazitäten. Wir halten den strategischen Initiativen, Kolonair, die Auferhand. Kein Geheimnis wird die Effizien, um dieses Geschäft des Krieges zu verhindern. Geh weiter und riecht Havoc auf den Feind. Okay, ich glaube, damit mag ich arbeiten. Okay. So, ich werde hier mal diese Hauptstraße einnehmen. Confirm. Moving out. Moving out. This is the Morag. Grenade deployed. This is Bitsay. Grenade is deployed. Destination reached. Unit 9, upgrade Sierra Electronic Warfare. Unit 10, upgrade Lima Electronic Warfare. Okay, da kommt ein bisschen was ran. Wir werden sehen, wie weit die sich ran trauen. Amatim, conserve. This is wild. Destination reached. This is the world. Weckmell euch. Jawohl. Weckmell euch. Weckmell euch. This is Matter. In position and holding. This is Vesuvius. We breach restoration. Panzer bitte die angreifen. Weckmell euch. Weckmell euch. Jawohl. In position und holden. This is Mata. In position und holden. This is Vesuvius. We breach restoration. Panzer bitte die angreifen. Wir sind theoretisch beim Upgrade bei. Das finde ich gut. Wir bleiben dann hier. Okay.. Mit dem gehen wir schon mal etwas weiter vorwärts. Artillerie? Ah, wo? Da. Glorie. So, ihr müsst... Weg, 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 weg. Gut. Und also noch werde ich definitiv noch mal einen brauchen. So. Okay. Wo sind die hier? Sierra. Unit 9, secure, Alpha. So, die dürfen das hier mal einnehmen. Zwei Gunships einzunehmen ist ein bisschen Arbeit. So. Kommando-Vehicle. So. Unit 9, secure, Delta. Beginning our attack. Teiba hier. Let's sort them, Anders. Zul is here. Zul is here. Tanks. Zul is here. Excellente. This is Elfo. Enemies taking damage. This is you, Trau. Let's take them down. Center Quadrant. Hostile neutralized. Izan, that's not bear. Tech Unit 3. Sustaining incendiary damage. This is Olyx. We made a kill. So. Sieht auch gut aus. Wenn 3 ein bisschen was drauf kriegt. So. Die beiden dürfen da angreifen. Ich bin hier. Wir sind voll auf dem Weg. Ich bin natürlich Central. Advertretlich. Central Quadrant. Aus auf russischer Kontript. Hostile neutralized. So. Ich möchte nämlich jetzt hier diese Engineers da wegkriegen. Unit 5. Sie sind auf Risiko. Unit 5? Noch nichts hier. Zul peu zu lange. So, wegen der Ingenieurs. So, komm. So, dann hatte ich euch doch hier hinten, ich hatte doch vorhin noch kurz irgendwo Ingenieurs gesehen. Wir sind noch auf dem Weg dahin. Ist das Ding schon geupgradet? Ja. Unit 10, secure Delta. So, und ihr solltet euch eigentlich im Alpha kümmern. So, ähm, kann ich eigentlich, äh, noch lohnt sie jetzt nicht so ganz. Warum auf zurückfliegen? Oh, mein Gott, sind die fast unfähig. Sechs, und wo ist fünf? Da. Fängt sogar ein bisschen nervig. Und das ist gut und ertrieben. So, was greift die noch an? Ah, da unten. Ja, die Brigade, so, das Ding auf Alpha. Ah, zwölf wurde runtergeschossen. So, was haben wir denn hier sonst noch am Gräucheln und Fläucheln? So, da sind sie. Hier geleben. Bleibt doch einfach mal an einer Ecke, statt hier hin und her zu. Survivors on board on the left thing off. Affirmative, okay. This is matterable, man. Stuhl-Hit-Hertz. Going for an athlete here. In advance, ist es. 1, 2, und ihr auch mitkommen. So, was haben wir da hinten? Artillerie, super. Objekt ist secure. This is matterable. Unter-repoil-Odo-Fording. Au. Jet-Nord-E-Squadrant. Hasen-Russian-Count-Trips. This is you, Frau. Mark-Sivory-Frier on our position. This is Resuvius. Destination reached. We are over. Und die eigentlich mittlerweile? Ja, haben sie. Artillerie, Artillerie. Ihr könnt einfach mal hier in die Nähe kommen. Jawohl. Wink. This is Elfmore. Enemies taking damage. See. Let them have it. Confers. On the move. Sumi is here. The range destination. Oh. Nicht so ein guter Schaden, wie ich mir wünscht hätte. Dual kit here. Most water of three. Aber trotzdem sehr ordentlich. Hasta Alzar deploying. Unit 9, secure Yankee. Unit 9, secure Bravo. Das macht nämlich etwas mehr Sinn. This is Toolkit. Nothing new for us, Central. I missed it. One hostile. Wo? Jetzt will ich wissen, wo. Ich meine, hier war nämlich noch was mit, äh, einem Engineer. Was ist denn hier? Ja, jetzt muss ich mal Richtung Solo. Ups. Check Unit 6. They're in trouble. Check Unit 6. Oh, oh, ho, ho, ho. Onyx here. We've reached destination. Check Unit 5. They're in trouble. You'll be here. They have a damn flat. Onyx here. We've reached destination. Ich kriege es aber auch gerade hin, die so ein bisschen anzulocken. So, die holen mir da meine Vögel runter. Das ist nicht gut. So. Und mit 12. Hier werde ich schauen, ob ich die hier angeschaut kriege. Sehr schön. Dann nochmal Electronic Warfare hier dazu. Ich hoffe, da können sie bleiben. Halbwegs. Nein, können sie nicht. Aber in Sichtweite kann ich sie da vielleicht halten. Das ist Amethyst. Waiting for all us. Confirmed. Letting loose. You can be here. Engaging hostiles. Das ist IWC. Or it's missing. First day contact. Let's start and let's start again. So, komm. Pullt her runter. Unit 9. Secure Yankee. Dann brauche ich doch mit nichts anderes ankommen. Wegen Engineers ist es zum Teil nur Wifelmen. Aber irgendwie... Ach, mit dem mag ich nicht. Das ist er auch. Ich habe ja das Gefühl, die wollen mich hier verarschen, ne? Lass sie die einfach nicht in den Augen kriegen. Ich habe ja das Gefühl, so jetzt hätte ich gerne hier noch ein bisschen mehr gleich wenn sie da sind so eine noch übrig das sind hier irgendwo ganz sicherlich die ich bin Wifelmann Nordwestquadron Azen russischen Constrips Kopffeld Jawohl Entstehen ein 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 Schuss! Wenn sie die gleiche Runde wollen! Nordwestquadron. Eiz an russische Armee Troops. Oh! Du bist hier! Ach du Scheiße! Engage Hostiles, jawohl! Das ist Gatecut. Sicherlich auf die Ableitung ist in der Zentrale. Jawohl! Das könnte unsere eigenen. So, ich hoffe das trifft jetzt nicht meine Artillerie. Doch. Wenn ich sage ihr sollt da hin, dann sollt ihr auch da hin. Nirgendwo anders. Wenn ich sage ihr sollt da hin, dann sollt ihr auch da hin. Das ist doch ein Scherz, oder? Jawohl! Entschuldigung! Oh. Ihr müsst hier weg. Nicht weil da angegriffen wird oder so. Sondern weil das extrem mies ist. Mit unserer Brücke angreifen. Das kriegen die nicht so weit mit. Inbound. Inbound. Expression. Center Quadrant. Hostiles destroyed. Confirm. On the move. Check North East Quadrant. Hostiles deploying. Nord Quadrant. Eyes on T-100 Ogre Tanks. Ogre Tanks 4. Da. Matterhorn hier. 2 Machines destroyed. Jawohl. Wink. On the move. Confirm. On the move. On the move. This is Buck. All survivors are loaded. Lifting off her. Come, 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 come. Come, 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 come. The 7th is. Waiting for all of us. Right in here. Fuck. Order. Order. Receive. Fuck. All of us should start out. Survivors keep moving back. Check Unicor. Sustaining incendiary damage. Nochmal Panzer. Pfff. This is Amethyst. All further up. Fastly eliminated. Okay. Confirm. Soweit fast keine mehr da. Moving out. Confirm. Affirmative central. Geht doch. The battle space is secure. Boris needs to lay off the vodka. Madame. Dieser Spruch. Den Spruch. Den hast du schon verdammt häufig jetzt gebracht. So. Okay. Na, wir kriegen jetzt Upgrades rein. Immerhin. Immerhin. Wichtig. Okay. Ja. Wir sehen, ob jetzt Paris eingenommen wurde. Ja, jetzt kommen hier die... Ich sehe schon, Russland hat da balten. Sein Platz. So. So. Ja, ja. So. Für uns geht es jetzt immer noch weiter auf Moskau. Ähm. Das finde ich immer noch furchtbar hier. Naja. Wenn es dann soweit ist, kriegen wir sie schon aus Europa gejagt. So. Ähm. Panzer gibt es einen Defense Upgrade? Ja, gibt es. Drei Stück nehme ich mir. Ähm. Artillerie. Unglaublich wichtig. Okay. Und ich haben. Ability. Hm. Ne, dafür habe ich jetzt noch etwas Geld und da stecke ich lieber hin. Aber hier in die... beim vier Einheiten profitieren davon, stecke ich dann doch lieber in meine Transporte rein. Und ja, man sieht so ein bisschen, dann kann ich das nicht bewegen. Doch. Da sehe ich Wifelman eigentlich so gut wie gar nicht einsätze. Das sieht doch schön aus hier. Wirklich Einheiten dabei, die wirklich was können. Und die meisten Missionen erlauben nur zwei Artillerieeinheiten. Denn sonst wären die hier nicht alle noch auf Recruit. Und das ist traurig hier, mich verloren zu haben. Naja. Hilft mir nichts. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.